Oh oh! Nja! Ich hab auch vieles. Wie was, Zarox? Du bist schwarz. Hä? Was? Du bist länger. Mhm, natürlich. Ich hab mein Auge gefilmt. Cool. Letztes Jahr war es so, da konnten die Dinger wegnehmen. Mhm. Wenn du irgendwie getroffen wurdest, Schwisskonschreie... Schwisskonschreie ist immer noch so aus. Das ist immer noch so aus. Als es sein. Aber die Kürbisse sind diesmal cooler aus. Ja, das stimmt. Ach so, die Farbe als ist die so viel cooler. Aha. Das ist dunkler. Es ist einfach... Gruseliger. Die haben aber wieder einen Arsch, der... Ach, der wurde am Schluss weggegangen. Ich hab schon gedacht, ja, das geht klauter. Wie aus Sluggen. Wird auch cool. Mhm. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das stimmt. Wir haben ja wochenlang nicht mal gespielt. Monate. Jahrzehnte. 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 Und jetzt sind das mit. Nein, die Kürbisse, die sind echt cool aus. Und da gibt's ja auch von denen gibt's ja auch einen Anhänger. Der ungefähr so aussieht. Ja, die sind wirklich arm. Die würde ich ja auch haben. Die würde ich ja auch haben. Ja, wenn sie halt nicht mehr kämpfen können, müssen sie jetzt tunnen. Vor allem, ich mach direkt nebendran den Gen. Dann hat's nicht geragt. Jetzt hat er das. Das stimmt, Hardhugs. Das stimmt. Das stimmt. Aber die Outfits, die sie halt drin haben, die muss ich sagen, find ich halt nicht schön. Das stimmt. Hm. Scheiße, da kommt. Geh, geh, geh. Hau! Ach nö. Ach nö. Ah nös. Ach nö. Ja, gut. Das stimmt. Ja, mit den leugnen und Augen das sieht cool aus aus, aber das ne ist es. Gibt ja leider nur 2 davon. und ich glaube david war es noch david du hast du dich ja er hat mich gehaut und aufgehängt das ist doch kein trockenfleisch das soll es auch vielleicht welches werden jetzt ist er hier der sack ja ich habe es gerade gemerkt das ist schon ein Ding ja 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 ich bin da wo du hinkst bin ich auch an den Schellen ich bin klar check so du bist die Frau so ah die kommt doch noch mit dir hergeschissen der Schellen ist halt bestreut ja aber er tritt keine Chance oder hat er Besitz ja seid auch wieder so ein Anfänger dann 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 ok der hat mich gesehen der ja das reicht nicht vor allem ja da geht wieder zu machen zurück irgendwie ich geh mal die tante holen ja komm lauf auch doch mein scheiß hinter uns ach ne hab ich gar nicht nach hinten geguckt ok wenn du das bist dann welchen ausgang du brauchst ich bin auch hier unten in der leere ich komme jetzt wieder hoch ähm check ist glaube ich auch rumlöse und cool ich bin ja extra dazwischen ja hier war der ausgang gewesen ja kriege ne geh raus ich 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 muss da raus er gekämpft was sag er raus ja mann ja 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 ja